Wir haben versucht Nutzen zu erzeugen und der Kunde hat dann erst mal blockiert. Mitch wieder hier. In diesem Video geht es darum, solltest du spekulieren, solltest du kalkulieren oder solltest du einfach mit deinem Kunden sprechen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr komisch. Also wir sind zu zweit gerade im Außendienst. Also der Kollege, der jetzt hinter dir steht, ist quasi jetzt mit dem wir heute im Außendienst waren. Und wir waren jetzt wieder in mehreren Einrichtungen und was mir halt aufgefallen ist und dann haben wir darüber gesprochen, ist, solltest du spekulieren, kalkulieren. Und falls du meine Videos siehst, sage ich immer, spekulieren ist wie Lotto spielen, gehst du denn professionell Lotto spielen. Warum ich das Video mache, weil es mir wieder aufgefallen ist und ich habe es in meinen Coachings teilweise bei meinen Mitarbeitern jetzt heute immer wieder erlebt, dass der eine oder andere Verkäufer immer eins tut, seine eigenen, also erstens mal seine eigenen Werte, Punkt Nummer eins, sein eigenes Verhalten und vor allem, wie er über gewisse Dinge denkt. Das ist sehr, sehr stark, dass das mit ins verkäuferische Tun, das heißt mit ins Gespräch aufgenommen wird und daraufhin das Verhalten des Kunden sozusagen niedergelegt wird. Was ich damit meine, ist folgendes. Wir waren jetzt quasi gerade in der Einrichtung und die Kunden, wir sind beim Nutzensatz, das heißt wir sind relativ früh am Anfang, haben natürlich dann versucht, bei uns würde man sagen die Bedienungsanleitung, also wir haben versucht Nutzen zu erzeugen und der Kunde hat dann erst mal blockiert. Kann ich völlig nachvollziehen, ich habe das aber gar nicht gehört, sondern ich bin wertneutral in der Sache, Sache geblieben an sich. Und wir haben, ich habe mich mit dem Kunden weiter unterhalten, er sagte dann, ja passen Sie auf, wir haben schon mal jemanden, das brauchen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, habe Sie völlig recht, außer dass Sie aktuell jemanden haben, was ist Ihnen denn sonst noch wichtig. Bin einfach im Thema immer weitergegangen, 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 weitergegangen. Und irgendwann kam die Situation, dass ich gemerkt habe, so und so und so kann ich Nutzen bilden, also habe ich es gemacht. Und es hat so gut funktioniert, dass wir jetzt gleich einen Auftrag geschrieben haben. Ich kam also auf jeden Fall raus, mein Kollege neben mir guckt mich dann an und sagt, ja aber Sie hören ja gut weg. Dann gucke ich den so an und sage, wie Sie hören gut weg. Ja, aber der Herr Rau, der hat doch jetzt die ganze Zeit gesagt, dass er theoretisch keinen Bedarf, kein Interesse, keine Zeit, also du kennst die typischen Vorwände. Und dann habe ich den angeguckt und sage ich, nee, das hat er doch so nicht gesagt. Der hat erst mal gesagt, dass er jemanden hat. Dazu habe ich ihm gratuliert und habe gesagt, ob ihm sonst noch was wichtig wäre. Dann hat er gesagt, wir wollen eigentlich nicht wechseln. Dann habe ich zu ihm gesagt, hat er auch völlig recht, Wechsel macht nur dann Sinn, wenn es sinnvoll ist. Außer, dass er aktuell nicht wechseln will, was wäre denn denn sonst noch wichtig. Und dann kamen wir halt auf einen Punkt und er meinte aber, dass das davor alles Vorwände gewesen sei. Und dann habe ich ihn angeguckt und sage, woher weißt denn du das? Und dann sagte er, ja, aber guck mal, ich bin ja jetzt seit zwei Wochen dabei, Herr Rau. Und Ihre Kollegen oder meine Kollegen, die hätten es dann immer so gemacht und dann ging er davon aus, also kein Bedarf, wir haben schon jemand, ja, das ist ja toll, aber lassen Sie uns doch trotzdem mal ein Gegenangebot machen. Ich würde es nennen, meine Mitarbeiter sind in den Schlagabtausch gegangen. Genauso habe ich es ihm auch gesagt. Es ist immer meines Erachtens schwieriger, in einen Schlagabtausch zu gehen, statt neben den Kunden zu stehen und ihn mitzunehmen. Das heißt, wenn dir dein Kunde etwas sagt, bitte versuch eins, versuch es auf der Sachebene. Wenn der dir jetzt erstmal sagt, kein Bedarf oder beziehungsweise wir haben schon jemand, dann freu dich darüber. Das heißt, du musst gar keinen Bedarf mehr schaffen, du musst nur noch deine Konkurrenz vertreiben. Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja, aber genau so ist es. Es ist schwieriger, wenn ein Kunde zu dir sagt, das machen wir nicht, sowas haben wir nicht im Haus. Jetzt Interesse zu schüren ist manchmal schwieriger, als seinen Mitbewerber einfach zu verdrängen. Aber auf der Sachebene heißt es jetzt erstmal, Sie sind zu teuer, heißt, okay, das ist mir zu teuer. Das heißt nicht, dass er eigentlich bei seinem alten Mitbewerber bleiben will, dass er nicht wechseln möchte, dass er dich nicht mag. Das heißt es alles nicht. Was es heißt ist, dass es ihm zu teuer ist. Punkt. Also ist die Frage, welche Preissituation wir so gestalten können, dass er und du dich noch wohlfühlst. Also tu bitte nur eins nicht. Tu nicht spekulieren und tu nicht kalkulieren. Das bringt dir nur eins, ein Fehlverhalten deiner Seite gegenüber dem Kunde. Und das würde dazu führen, dass du wenige Abschlüsse generierst. Wenn du mehr wissen willst über das Thema Vertrieb, folge mir oder schreib mir, völlig egal wie. Ich wünsche dir noch super viel Vertriebserfolg diese Woche und bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir noch ein paar Minuten.